Am vergangenen Wochenende, da will ein Mann am Niederrhein seine Schlange füttern. Dabei schnappt die zu und erwischt ihn am Finger. Leider ist es eine giftige schwarze Mamba. Es folgen Notarzt, Helikopterflug und Gegengift. So ein Horrorszenario haben wir dann immer im Kopf, wenn uns mal eine Schlange über den Weg züngelt. Das bedeutet mitunter viel Arbeit für die Feuerwehr. Meist ist das unnötige Arbeit. Gleich drei solcher Kornnattern wurden in den vergangenen Wochen in Dormagen gefunden. Eigentlich kommen die Schlangen aus Amerika. Sie sind wohl aus einem Terrarium geflohen. Aus Panik riefen die Anwohner die Feuerwehr. Sebastian Schreiner und seine Kollegen von der Reptilienfachgruppe sind für solche Fälle ausgebildet. Mit Haken und Box rücken sie aus. Die meisten Anrufer können die Schlange nicht sofort zuordnen. Es kommt natürlich immer wieder vor, dass die Leute einheimische Ringeln hatten oder so einfach gar nicht erkennen. Gerade wenn man in der Stadt wohnt oder vor kurzem an den Stadtrand gezogen ist und da noch nie Berührungspunkte mit hatte, dann erkennen die Leute unter Umständen natürlich nicht eine einheimische Ringelnatter oder einen Blindschleich oder sowas. Das kommt natürlich immer wieder vor. Eine schwarze Ringelnatter. Sie ist ungefährlich. Die Feuerwehr will aufklären, um unnötige Einsätze zu vermeiden. Hier einheimischen Schlangen, Blindschleichen, die ja eigentlich zu den Echsen sogar gehören und gar nicht mal zu den Schlangen selber oder Ringelnattern, von denen geht keine Gefahr aus. Die können natürlich, auch wenn die sich bedroht fühlen, so ein Sekret absondern, was wirklich unangenehm riecht, aber das ist für die Menschen nicht gefährlich. Im Gegenteil. Die Ringelnatter ist sogar erwünscht. Deshalb richtet Michael Stevens von der biologischen Station am Kloster Knechtsteden Lebensräume für die Tiere ein. Am feuchten Waldrand finden sie Frösche und Kaulquappen. Wo die Ringelnatter vorkommen, muss es eben auch so ein ganzes Artenensemble darunter geben. Das heißt, angefangen von den Amphibien bis hin zu den Lebensräumen, dass hier wirklich so eine ganze Artengemeinschaft gefördert wird. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir die Schlange fördern. Abgesehen davon ist die Ringelnatter im niederrheinischen Tiefland, ist sie vom Aussterben bedroht und als Art eben auf Hilfe angewiesen. Stevens sucht unter den Brettern und an den Trockenmauern. Unter einem Brett entdeckt er eine kleine Blindschleiche. Und um das Kloster ist nun eines der größten Vorkommen von Ringelnattern in Europa. Aber was tun, wenn man eine unbekannte Schlange entdeckt? Wenn man die Möglichkeit hat, das Tier zum Beispiel im Garten zu sichern, indem man einfach einen Eimer oder sowas drüber stülpt, damit man verhindert, dass das Tier verschwindet, bis wir wieder da sind, kann man das natürlich machen. Aber grundsätzlich, wenn man sich nicht mit den Tieren auskennt, würde ich immer empfehlen, dass man Abstand hält, nicht das Tier versucht anzufassen oder selber zu fangen, weil es kann natürlich auch sein, dass es was nicht Einheimisches ist. Die meisten heimischen Schlangen sind ungefährlich. Aber wer sich nicht sicher ist, mit welchem Exemplar er es zu tun hat, sollte auf jeden Fall die Feuerwehr anrufen. wird dann in seine Box gebracht und die Box wird dann geschlossen.